Kandidat Nummer 3. Ich spiele unwahrscheinlich gerne in einem Bauerentheater. Ist Dating heute einfacher als früher? Tatsächlich finde ich, ist es irgendwie schwerer geworden in den letzten Jahren, jemanden so kennenzulernen. Ich kann nur Latein, Russisch, Englisch, Deutsch. Das schreibe ich mir jetzt auch zum Beispiel. Hast du das Gefühl, es ist heute für dich einfacher zu daten? Hier in der Umgebung würde ich tatsächlich alt und einsam bleiben. War Dating mal einfacher? Passed forward. Jetzt in der ARD-Mediathek.